Seit einigen Jahren wird der Ruf der Verbraucher nach regionalen einheimischen Produkten immer größer. Ernährung und Gesundheit spielen eine immer größere Rolle. Wie genau definieren Sie gesunde Ernährung? Haben Sie sich schon einmal diese Frage gestellt? In einem alten Sprichwort heißt es, sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Aber denken wir wirklich immer genügend darüber nach, woher die Produkte kommen, wo und wie sie angebaut, produziert bzw. verarbeitet werden? Schätzen wir aber auch als Verbraucher die individuelle Herstellung und die dafür nötigen handwerklichen Voraussetzungen jedes einzelnen Herstellers in wirklich angemessener Art und Weise? Sich gesund zu ernähren heißt aber auch, ich kann als Kunde nachvollziehen, welchen Weg das Lebensmittel bis zur Ladenthege genommen hat. In diesem Beitrag wollen wir auf die Regionalität unserer Lebensmittel aufmerksam machen. Kehr ein im Raststüberl in Klausnitz, dann hast du es nicht weit zum Hofladen. Das ist das gesunde Ernährungsprinzip der Agrargenossenschaft Bergland-Klausnitz. Kurze Wege vom Erzeuger zum Verbraucher. In einer eigenen Apfelleinrichtung wird kaltgepresstes Rapsöl aus eigenem Anbau und eigener Pressung in verschiedenen Mengen angeboten. Rapsöle, Leinöle, Leindotteröle ermöglichen die schmackhaften und gesunden Mahlzeiten des Erzgebirges, zum Beispiel Kartoffeln, Quark und Leinöl. Und die passenden Kartoffeln erhalten sie auch bei uns. Mehlige bis festkochende Sorten, ganz nach ihrem Wunsch. Unser Hofladen macht das Einkaufen leicht. Aus eigener Produktion bieten wir nicht nur Fleisch- und Wurstwaren an, sondern auch verschiedene Käsesorten, hergestellt aus der Milch unserer Kühe. Wir verkaufen regionale Produkte, Landeier, Obst und Gemüse, Honig, Aronia- und Sanddorn-Säfte sowie Fruchtsäfte, Wurstkonserven und Spirituosen. An unsere Kleintierhalter liefern wir Futtermittel. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Leben Sie gesund, wir helfen Ihnen dabei. Wie Sie hier sehen, bieten wir als Schweineproduktion Burgersdorf in unserer Filiale in Ebbendorf Hausmacherfleisch- und Wurstwaren an. Die Schweine wachsen in der Mastanlage Burgersdorf auf, werden in der Fleischerei in Großwaltersdorf verarbeitet und liegen in Kürze als Produkt in unserer Theke. Wir bieten in unseren Filialen die Hausmacher Blut- und Leberwurst an, frisch und geräuchert. Genauso wie Hausmacher Knacker aller Art, Schweinsknacker, Hammelknacker, Rindsknacker. Genauso wird Hausmacher Yachtwurst hergestellt, Wiener Bockwurst und Knoblauchwurst. Und jeden Mittwoch bieten wir frisches Wellfleisch und warmen Wiegebraten an. Sie können bei uns auch täglich ein Frühstück und ein Mittagessen einnehmen, dass wir für Sie selbstverständlich frisch gekocht haben. Also kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Seit 2013 ernten wir hier Ökoprodukte auf dem Hof. Das Wichtigste im ökologischen Ackerbau ist, dass man auf mineralische Düngemittel und auf Pestizide verzichtet. Und deswegen bauen wir so viele verschiedene Sachen hintereinander an, damit sich keine Krankheiten erst bilden können und ausbilden können. Und dazu gekommen ist noch eine Herde von 140 Mutterschafen. Dann haben wir noch 30 Mutterkühe und 440 Legehennen in mobiler Stallhaltung. Man kann herkommen und hier unsere Eier natürlich kaufen. Wir haben Eierlikör von unseren Eiern. Dann haben wir auch unsere Kartoffeln hier im Angebot. Und haben noch Äpfel und verschiedene Fleisch- und Wurstwaren als Konserven. Dann haben wir den Betrieb noch etwas weiterentwickelt. Übernommen habe ich die Pferdehaltung, Pensionspferdehaltung und Reitpferde haben wir auch. Ein Freizeitreiten sieht so aus, dass wir praktisch begleitet reiten. Entweder in der Reithalle oder auf dem Reitplatz oder auch im Gelände draußen. Gerade hier, wir sind ja am Tag an der Wald, bietet sich das natürlich an. Also, überzeugen Sie sich selbst von der erstklassigen Qualität dieser Erzeugnisse aus unserer Region. Wir sehen uns beim nächsten Mal.